Planet Coaster In Brühl Ja nicht sondern Im Phantasialand Brühl Und ja es ist einer der wohl schönsten Freizeitparks in Deutschland Letztes Jahr zum besten Freizeitpark Deutschlands auch gekürt Aber es ist leider nicht der komplette Park Also ne das mal vorweg Aber wir gucken uns eine der Besonderheiten des Parks an Und das ist die Achterbahn Black Mamba Meiner Meinung nach eine der besten Achterbahnen überhaupt Leider nur ein bisschen kurz Aber wir gucken uns das Ganze jetzt trotzdem mal an So wir gehen ja mal hier rein in den Park Sehen ja schon den Kettenlift Seit mittlerweile zwölf Jahren steht das gute Stück übrigens auch schon im Phantasialand Gebaut und designt von der Firma Bolliger und Mabia Und wurde am 23. Mai 2006 eröffnet So Ja wir kommen jetzt zu einer der für mich Besonderheiten Wenn man jetzt Freizeitparks wie Hansapark und Heidepark zum Beispiel mal vergleicht mit dem Phantasialand Hat der Phantasialand immer so unscheinbare Eingänge für seine Achterbahn Und zwar einfach hier in so einem kleinen Gebäude So ganz unscheinbar Würde natürlich noch Black Mamba drüber stehen Aber gut Ist hier halt leider nicht so Da gehen wir gleich rein Dann gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen die Achterbahn an Das was man hier so draußen sieht Also hier geht es in diesem Turm In der afrikanisch angehauchten Umgebung Was heißt angehauchten? Das ist ja Themenbereich Deep in Africa So heißt das ja am Phantasialand Und hier sieht man auch schon den First Drop Richtig richtig gut Das Ganze ist übrigens ein Inverted Coaster Und dieser Blick hier Der ist nicht nur in dem Spiel eine wahre Pracht Sondern auch in der Realität Realität Entschuldigung Ein Augenschmaus Also für Achterbahnfans Hier schlägt das Herz höher So jetzt können wir hier natürlich nicht weiter gehen Klar Aber wir können mal hier rüber gehen Hier würden wir theoretisch noch zum Ausgang kommen glaube ich Hier haben wir über die Brücke Dort wo sich der Looping Der Außenlooping quasi Drum rum schlingelt hier Können wir einmal auf die andere Seite gehen Hier würde es rein theoretisch noch Läden geben Ja Gut hier schon eine Hängebrücke Eine super Thematisierung Echt wunderschön Das Ganze Wie im Spiel So auch in echt Natürlich Black Mama hat übrigens eine Kapazität Von insgesamt 1500 Fahrgästen pro Stunde Das heißt lange warten muss man hier eigentlich eher weniger Also es geht eigentlich Es hält sich echt in Grenzen muss man sagen Und jetzt würde ich aber langsam mal sagen Na wir gucken nochmal ein bisschen Hier sehen wir nochmal ein bisschen was Hier sehen wir auch schon die Warteschlange Die schauen wir uns besonders mal an Denn die ist ja relativ lang für Achterbahn Oder allgemein hat Das Phantasialand ja sehr lange Warteschlangen Und da gehen wir jetzt mal rein Und gucken uns die an Und das ist auf jeden Fall Schon mal eng Aber das ist auch in Wirklichkeit so Und gucken uns das Ganze an Und es ist auf jeden Fall sehr auffällig Dass man sich hier echt mega An das Original gehalten hat Hier mal durch die Warteschlange gehen Hier mit den ganzen Netzen Auch sehr sehr cool Ich glaube eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen Die wirklich hier nicht drin ist Aber da werde ich jetzt nochmal genauer gucken Das passt natürlich auch mit den ganzen Treppen hier Auch ein Park der vielen vielen Treppen Das Phantasialand So Ja hier geht es jetzt nämlich einmal runter Ja so ganz langsam geht es hier runter 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 Und hier müsste eigentlich Müsste jetzt ein bisschen weiter runter gehen Müsste hier eigentlich ein Hier steht ein bisschen außerhalb Müsste eigentlich hier so ein kleiner Wasserfall sein Der fehlt hier Also da wo das Wasser so runterspritzt Wer schon mal da war der weiß was ich meine Ist hier an dieser Stelle leider nicht Aber ist auch nicht großartig schlimm Denn wir sind jetzt gleich schon angekommen In der Station Also im Spiel jetzt nicht ganz die lange Warteschlange Aber Leute wenn ihr da durchlauft Man merkt es doch schon Vor allem wenn man die ganze Warteschlange stehen würde Aber das hatte ich bis jetzt noch nie das Problem Die Achterbahn plus Das ganze Szenario hat übrigens 22 Millionen Euro circa verschlungen Also ganz schöne Investition für den Park Aber Es hat sich wohl gelohnt Und wir gehen jetzt mal In die Achterbahnfahrt rein Aber vorher Gucken wir uns noch mal ein paar Bilder Von außerhalb der Bahn an Und wir gehen jetzt mal ein paar Pfeil Und wir gehen wir jetzt mal ein paar Bilder Und wir gehen auch ein paar Bilder Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wir sitzen schon mal drin Dann kann es jetzt auch jeden Moment eigentlich losgehen Auf den insgesamt 26 Meter hohen Aufstieg Kettenlift Sollte jetzt jeden Moment losgehen Wenn er uns denn Losfahren lässt, ja, dann lässt er uns natürlich losfahren Wahnsinn Black Mama verkennt übrigens mit zwei Zügen Je acht Wagen Pro Zug, also acht Reihen Mit jeweils vier Plätzen So, auf 26 Meter angekommen geht es dann 27 Meter Runter Auf die Abfahrt, denn die befindet sich Einen Meter unter der Station Der niedrigste Punkt, wo wir jetzt hinkommen Und hier sehen wir es Und es geht ganz schnell rasant runter Hier ist dann um den Looping, beziehungsweise um die Brücke Durch den Looping geht Und eine Rolle Natürlich nach rechts Sehr schön Eine Zero-G-Roll Quasi Zum Beispiel ein Korkenzieher war das glaube ich Ja, die Zero-G war ja das Da bin ich jetzt zu wenig Experte Obwohl das könnte auch Zero-G sein Also da bin ich jetzt nicht so der Experte, dass ich das jetzt bestimmen könnte Auf jeden Fall ist das eine sehr coole Achterbahn Eine sehr schnelle Achterbahn Also eine relativ schnelle 80 kmh schafft sie Und hat eine maximale Beschleunigung von Beschleunigung von 4,5 G Das ist schon relativ cool Das Ganze sind 768 m Streckenlänge gleich gewesen Mit einem Maximalgefälle von 80 Grad am Start Insgesamt gab es jetzt 4 Inversionen Sowie zweimal den Korkenzieher Ein Inclined Immelmann Den Zero-G-Roll Und der Looping natürlich So, das war eine Fahrt mit Black Mamba Aus dem Phantasialand in Brühl So, wir gucken uns jetzt den Ausgangsbereich natürlich auch nochmal an Das gehört ja dazu Auch der ist super gut getroffen hier Ist ein bisschen sehr schattig, muss ich sagen Denn so schattig ist der eigentlich gar nicht Aber es ist schon sehr gut getroffen Also sehr, sehr gut, muss man sagen Gut, so viele Putzleute laufen da jetzt nicht rum Gehört aber für mich Zu einem der säuberen Oder der saubersten Parks In denen ich bisher war Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen jedem Da mal eine Reise hinzumachen Ins Phantasialand Nach Brühl Mit den Highlights natürlich Black Mamba Aber auch Taron ist auf jeden Fall eine Fahrt wert Wer weiß Vielleicht tun wir uns das Ganze auch nochmal an Hier im Spiel Also das war eine wilde Fahrt Mit Black Mamba Aus dem Phantasialand Brühl Würde mich freuen, wenn ihr dem Video Eine positive Bewertung Da lassen würdet Und auch beim nächsten Mal Natürlich wieder einschaltet Ich verabschiede mich bis dahin Und sage macht's gut Und bis dann, euer Tedigan Einen schönen Tag noch Und ciao